Das könnte mir zum Verhängnis werden und ich denke das wird's auch Hey, meine Damen und Herren, willkommen zu einer anderen Folge von Minecraft EnerGames Mal wieder, diesmal hoffentlich nicht mit einem Typen, der mich wie das Nuke bezeichnet, obwohl er eindeutig ein bisschen äh, naja, mehr Dinge gemacht hat, aber falls ihr da nicht Bescheid wisst, einfach jetzt vorher EnerGames gucken Jetzt in der Infokarte verlinkt und danach wieder zu dem Video zurückkehren, denn das Video ist natürlich auch sehr wichtig Denn heute schau ich euch das Kit vor, womit man in EnerGames einen Stärke-Effekt bekommen kann Ich denke, das Kit kennen ja die meisten, ist jetzt nicht kein großes Geheimnis oder sowas Aber ich wollte es einfach spielen und nebenbei ist mir eingefallen, man bekommt ja mit dem Kit Stärke, nämlich das Schinken-Kit Mal ganz davon abgesehen, dass man einen coolen Schinken hat, der sogar Schinken heißt Ähm, kann man den einfach rechts klicken, also wenn man Hunger hat, rechts klickt man den Hat instant gegessen und kriegt dann halt für ein paar Sekunden ein paar ganz nice Effekte dazu Unter anderem halt Stärke, Speed, Resistance, also ich drück's mal aus Sobald man den Schinken gefressen hat, ist man für, glaube ich, 5 Sekunden sowas OP Das andere Gute an dem Kit ist halt noch, dass man eben kein Ding braucht, kein Essen Da man ja über den Schinken snacken kann Aber jetzt muss ich erstmal gucken, dass ich irgendwie an Holz rankomme, bevor mich hier der Nächste wegsnackt Und das ist in dem Fall der da oben ist Okay, machen wir jetzt ganz, ganz, ganz schnell, weil der ganz nice ist einer Ein, äh, Dierschwert und uns einen Eisenbrustpanzer So, zack, zack, okay, dann das hier snacken wir einfach mal dahin, so Und dann kommt auch schon direkt einer Da snacken wir unseren Schinken rein Und dann haben wir den Also ihr seht schon, wie er So gebufft? Okay, der Schinken ist gebufft worden Ja, ja, bevor ich zugeflamt werde Ich weiß, er ist genervt worden und nicht gebufft Weil gebufft würde heißen ja stärker Ich hab einfach irgendeinen Bullshit gedacht Also er ist genervt worden Das kann sein, dass es schon seit längerem ist Aber dann hab ich das einfach nicht mitbekommen Äh, der hat gar keinen Stärke-Effekt mehr Okay, ist ein bisschen peinlich Aber dann heißt das Video auch nicht, dass, äh, Stärke ein Ender ist Und so ein Scheiß Dann heißt das Kid wahrscheinlich die Folge irgendwie anders Ja, äh, 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 egal Spiel mal einfach mit dem Schinken-Kid Ähm, also das Kid ist dann gar nicht mehr so gut geworden Dann hab ich jetzt tatsächlich mal so eine krasse Kaufempfehlung von mir Dann hat's halt bloß noch den Regulation und Speed-Effekt Der halt auch ganz nett ist Aber halt nicht mehr das Ultrakrasse Aber wir gehen trotzdem ganz gut ab Und werden die Runde jetzt mal zur Abwechslung mal wieder gewinnen Haben wir schon lange nicht mehr, glaub ich Ah, genau, da wollte ich mich ja vergiften Da ist, aber zum Glück bin ich nicht angetreten Weil, der hatte da schon eine ganz gute Rüstung Und dann holen wir jetzt erstmal den Crafter-Zucker So Okay, dann hol ich mir jetzt aber erstmal, ähm, ein bisschen Holz Weil ich hab vorhin gesehen, ich hab, äh, Minimum 10 Dias, genau Und der hat mir da jetzt erstmal eine Wunderwunderschöne... Hose machen Alles klar, dann holen wir jetzt noch den Typen da Einfach kurz vorm Kampf rein snacken Dann sind wir nämlich ein bisschen schneller und unverwundbarer durch die Regeneration Und dann haben wir den ja auch schon, wie ihr vorhin gesehen habt Und dann haben wir vielleicht Ender-Perlen Dann gehen wir einfach ganz, ganz schnell zum nächsten Das könnte sogar eine Speed-Runde werden, wenn es so weitergeht Also, das sieht echt nicht schlecht aus Wir rocken hier echt ganz gutes Weg Da kann ich vielleicht sogar noch eine Runde ranhängen, mal gucken Dann machen wir uns erstmal einen Dia-Helm und, äh, Eisen-Boots So, zack, zack Und dann ist unser nächster Gegner da unten einfach Dann geben wir uns ganz kurz den Schinken Wow, das könnte nochmal ein bisschen problematisch werden Das könnte nochmal Ein klein bisschen Problematisch werden Mit dem Mit dem Sieg Na komm, krieg Hunger Krieg Hunger, mein Schufcharakter Komm schon Es hängt jetzt alles von meinem Schinken ab Ihr seid nicht Hunger, wir kommen, kann ich es halt verwenden Und meinen Vorteil durchbekommen Aber wie es so aussieht momentan Jetzt Haben wir den wieder So, nice Okay, jetzt haben wir den durch den Schinken Durch den Schinken Durch den Schinken doch bekommen Okay, das war jetzt cool Das haben wir ganz cool gemacht Wir hätten da keine Chance Gegen gehabt, weil er einfach die beste Rüstung hatte Aber Durch den Schinken Dann haben wir uns den doch noch gesnackt Dann geben wir uns gleich mal einen Zwiftness dran Und dann Schinken Du mein Kleiner Du wirst mich nicht bekommen Vertrau mir Du kriegst mich nicht Und wenn ich dich Hier mit Fallen töte Das ist mir recht Aber du wirst mich auf jeden Fall So, nice Okay GG Haben wir jetzt sogar gewonnen Die Runde ist jetzt laut Aufnahme Ungefähr um die sieben Minuten lang Äh Umgehe so knapp Ja, aber echt nicht Also war ein bisschen knapp Muss man schon sagen Ähm Also die Runde war glaube ich Jetzt um die sieben Minuten lang Wenn ich jetzt noch ein bisschen cutte Wird z.B. 5 Minuten Ich denke mal Ich werde noch eine ganz kurze Speedround Speedround ranhauen So, das sind wir schon wieder In der nächsten Runde Und holen wir uns erstmal den Typen Da ganz knapp Ganz knapp Okay, okay Ich muss ganz schnell wieder Hunger bekommen Und ich jetzt ganz schnell Mein Schinken snacken kann Bevor der nächste hier kommt Ähm Wir machen das Ganze hier noch ein bisschen lustiger Und zwar Egal Ob ich jetzt sterbe Oder nicht Eine Runde Also egal ob ich die Runde jetzt gewinne Oder nicht Ich muss die nehmen Also damit Das Ganze ist noch ein bisschen spannender für mich Ich hätte nämlich ganz gerne schon So einen Sieg am Abschluss meiner Runde Da hinten kommt jetzt einer Äh Den packe ich aber momentan Einfach noch Nicht Aber Es sei denn Ich mach's genauso Okay Ähm Dann gönne ich mir jetzt erstmal Was hat der so ein bisschen gehabt Der hat ein bisschen Schweinefleisch Gab was ich nicht brauche Aber ein Bogen Alles klar Davon ist einer Das könnte mir zum Verhängnis werden Und ich denke das wird's auch Außer Ja Ja Hu 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 Zu Glück hab ich meinen Schinken nochmal snacken können So dann geben wir uns erstmal die Boots hier Ähm Die Enderperlen hätte ich da auch Ganz gerne Okay okay Jetzt verdammt 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 Oh fuck Gut Känguru Geil Ja Leute Mein Hasskit hab ich hier wieder getötet Ähm Die Regel wie gesagt Trotzdem ich muss das jetzt nehmen War eine ganz gute Runde Also wie gesagt Nur wo ich gewonnen hab Und eben eine kurze Speedround Noch dazu Damit es noch ein bisschen länger wird Ich hoffe es euch gefallen Äh Falls ihr euch gefallen Lasst doch ein Like Da würde ich mich sehr drüber freuen Ansonsten geht's hier in der Infokarte Zum Wohin geht's denn Zum Finale von CubeOSBM Um ihn zu gucken Hab ein paar von euch nämlich nicht gesehen Würde mich freuen Wenn ihr das nachholen würdet Gut dann würde ich sagen Sehen wir uns im nächsten Video wieder Das ist morgen Bis dahin Ciao Mein Leben Und schreibt mir in die Kommentare Wie war euer Tag heute Würde mich mir interessieren Aber ansonsten Bis zum nächsten Video Ciao Meine lieben Cubis